Lebensmittelskandale haben eine lange Tradition, ganz ähnliches gilt für Etikettenschwindel und Panscherei. Fleisch und Fisch haben eine zweifelhafte oder gar keine Herkunft, Olivenöl, Honig und Wein werden gestreckt. Einziges Ziel, möglichst billig produzieren. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Schwindel und Profitmaximierung. Nach dem Intro geht's gleich los. Du kannst ja in der Zwischenzeit den Abo-Button und die Glocke aktivieren. Lebensmittelbetrug ist ein globales Milliardengeschäft mit vielen Nuancen. Verdorbene Ware wird in Umlauf gebracht, Herkunftsnachweise werden gefälscht, billige Imitate als qualitativ hochwertige Ware verkauft, Gewicht manipuliert. Das Spektrum reicht von Fleisch und Fisch über Honig und Wein bis Olivenöl. Wissen wir eigentlich, was in unseren Lebensmitteln steckt? Nicht wirklich, zeigt die Zahl der großen und kleinen Lebensmittelskandale, die in den letzten zehn Jahren aufgeflogen waren. Schwindel ist praktisch überall möglich, bei den billigsten Basisprodukten genauso wie bei Luxuslebensmitteln. Es ist ein gigantischer Markt, durch den unser ganzes Essen läuft. Global, entsprechend unüberschaubar. Der große Pferdefleisch-Skandal von 2013 flog auf, nachdem erst in Großbritannien und Irland in Bürgerfleisch und später in vielen anderen Produkten auch Pferdedna entdeckt worden war. In beiden Ländern gilt der Verzehr von Pferdefleisch als soziales Tabu. Der frühere Leiter der irischen Lebensmittelsicherheitsbehörde FSAI, Ellen Reilly, hielt das Ergebnis seiner Tests anfangs für unmöglich, glaubte an einen Fehler, wie er damals dem britischen Guardian sagte. Weitere Proben bestätigten den Verdacht allerdings. Die Tragweite des Betrugs wurde erst später deutlich. Produkte wie Burger, Ravioli, Lasagne enthielten teils bis zu 100% Pferdefleisch, der Skandal reichte weit über Europa hinaus, auch in Österreich war das falsch deklarierte Rindfleisch auf dem Markt. 2019 folgte ein Prozess mit Haftstrafen gegen einige Drahtzehr. In Polen dokumentierten Journalisten Tierquälerei und fehlende veterinärmedizinische Standards in einem Schlachthof im Nirgendwo. In Frankreich tauchte faschiert es aus Schlachtabfällen auf. Bei Thunfisch stellte sich heraus, dass beim Gewicht nachgeholfen wurde und Chemikalien wurden zum Einfarben verwendet, damit sich der Fisch teurer verkaufen lässt. In Italien wird regelmäßig versucht, billiges Öl als hochwertiges Olivenöl extra verginne in die Supermarktregale zu bringen. Zum Strecken wird Rapsöl verwendet, mitunter kam das auch schon bei Kürbiskernöl vor. Ein Beleg für Echtheit ist hier wie bei vielen anderen Produkten auch der EU-Herkunftsnachweis, GGA, geschützte geografische Angabe. Im Frühjahr 2023 wurden die Ergebnisse einer von der EU-Kommission veranlassten Prüfung bei Honig veröffentlicht. Fazit, ein großer Anteil der Importe aus Drittländern hatte nie eine Biene gesehen. Fast die Hälfte von 320 Proben aus zahlreichen Ländern war gepanscht, besonders hoch war der Anteil bei Importen aus Großbritannien, China und der Türkei. Zum Strecken wird bei Honig etwa Sirup und Melasse verwendet. Bei der EU-Kommission ist eine eigene Stelle, das Knowledge Center for Food Fraud and Quality, KCFFQ, das sich mit dem Thema Qualität und Lebensmittelbetrug befasst, eingerichtet. Sie ist auch als eine Art Frühwarnsystem konzipiert und veröffentlicht außerdem einen monatlichen Bericht über publik gewordene Lebensmittelskandale weltweit. Den Link dorthin packe ich dir in die Videobeschreibung, falls dich das interessiert. Allein der Bericht vom August 2023 listet über 20 Fälle auf. Illegal produzierte Spiritosen mit gefährlichen Inhaltsstoffen und gepanschter Wein, Fisch und Meeresfrüchte ganz ohne oder ohne ausreichenden Herkunftsnachweis und Ablaufdatum, geschmuggelte Melonen, Milchpulver fertig zum Umetikettieren, geschmuggelte Krabben, geschmuggeltes Hühner und Schweinefleisch, allesamt Fälle praktisch rund um den Globus. Europol schließlich veröffentlichte die Ergebnisse ihrer koordinierten Operation Obsen Europe zur Betrugsbekämpfung, durchgeführt zwischen Dezember 2022 und April 2023, bei der es um Lebensmittelbetrug ging. Laut Angaben der EU-Polizeibehörde wurden dabei Güter im Wert von 30 Millionen Euro beschlagnahmt. 8000 Tonnen illegaler Produkte, 6,5 Millionen Liter meist alkoholische Getränke, es gab fast 170 Razzien, 143 ausgestellte Haftbefehle, 119 Anzeigen gegen Personen, 6 kriminelle Netzwerke, hieß es in einer Aussendung, seien zerschlagen worden. Den Link zum Europol-Bericht findest du auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, der Link bleibt bestehen, da der Bericht auf der Europol-News-Seite ist und irgendwann sind es wohl keine News mehr. Kannst auf jeden Fall mal probieren, wenn es dich im Detail interessiert. Ansonsten war es das für dieses Video. Pass auf was du kaufst und isst, vergiss nicht, mir eventuell ein Like und ein Abo dazulassen. Und gerne kannst du mir in die Kommentare schreiben, ob du auch schon unschöne Erfahrungen im Lebensmittelbereich gemacht hast. Ich sage jetzt Servus und bis zum nächsten Video.